Yo Leute, was geht? Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Minecraft Master Builders. Ja, jetzt das erste Video hier im Nachtstream drin. Ja, im fucking Nachtstream. Ich bin sehr, sehr müde, aber ich werde natürlich schon schlafen gehen, ist ja klar, weil ich für meine liebe Community die Nacht wach bleiben werde. Und ja, gut. Erstmal jetzt eine kleine Sache zu klären ist, die ganzen neuen Zuschauer, die jetzt hier hinzukommen sind auf meinem Kanal in den letzten paar Tagen. Erstmal herzlich willkommen. Ja, willkommen auf meinem Kanal SashiLP. Hier findet ihr viel mit Minecraft und auch anderen kleinen Spielen. Gut. Natürlich gleich erstmal das The Forest. Also zum Thema The Forest. Ja, da muss ich jetzt dazu was sagen. Also die meisten finden auf einmal das gar nicht mehr so spannend. Deswegen hat jetzt, ich glaube, 80% von meiner Community gesagt, bei Diskussionen, können ja ruhig alle reingucken, das stimmt. Bei Diskussionen gesagt, die wollen The Forest leider nicht mehr, die wollen Minecraft Multiplayer wieder haben. Weil ich jetzt mit dem 1 Master Builders Video anscheinend wieder alles erregt habe, so gesagt. Und ja, deswegen dachte ich mir so, komm, ich meine, wenn du The Forest machst, guckt es ja keiner. Und das hat ja dann keinen Sinn mit den Klicks und alles. Deswegen dachte ich mir einfach so, ja, machst du wieder Master Builders und vielleicht auch PvP, Capture the Flag und so weiter, Crime Series. Naja, wird jetzt die Tage kommen. Natürlich zwischendrin Let's Play Minecraft. Da seid ihr immer noch dafür bis Folge 100, ist ja klar. Nach Folge 100 muss ich mir dann irgendwas einfallen lassen, was ich danach machen werde. Aber ja gut, genug gelabert. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier in die Stinks rein. Äh, ja. Drei Spieler. Trading for Players. Digga, willst du mich verarschen? Du, du scheiß Spiel. Willst du mich... Ich muss da nochmal kurz reingehen. Sorry. Ähm, ja, das ist wieder typisch Dings. Ähm, das ist wieder, weil ich so lange gewartet habe. Ja, ich, der gute, alte Penner, nenne ich mich das einfach mal, Der Tollpatsch hat natürlich wieder, wollte von, vor einer gefühlten Stunde, es ist jetzt halb eins, Ich wollte um halb zwölf eine Master Builders Folge hier aufnehmen. Und Alter. Okay, liebe Freunde. Das heißt dann wohl nix mit Master Builders. Ah, toll. Aber wir können ja trotzdem noch eine Runde reden hier. Also, ich wollte vor einer gefühlten Stunde wieder mal etwas Master Builders hier aufnehmen, Das ja jetzt im Moment nicht geht. Wie immer. Ja. Applaus, Applaus hier an dieser Stelle. Applaus. Und ich hoffe, ich mache jetzt meine Mutter nicht wach, weil die schläft schon mit diesem Krach, was ich hier gerade wieder mache. Ja, ich möchte meine Videos jetzt im Moment, also jetzt, ab jetzt, ein bisschen sinnvoller gestalten, ein bisschen happier. Weil vorher waren die immer so lange, ich so, yo Leute, was geht, Herr Spielfeld, Minecraft. Ja, das ist jetzt nicht mehr so. Ich werde jetzt eine, ähm, also ein bisschen was ändern an den Videos. Ein bisschen lustiger vielleicht, ein paar mehr Witze reinbringen, die nicht immer so gut sind, aber naja. Ja, okay. Also, ich wollte, wie gesagt, vor einer Stunde Master Builders aufnehmen. Aber wie ist das so schön, wenn man WhatsApp hat, dann hat man natürlich auch Gruppen in WhatsApp. Ja, ähm. Und das war einfach, Dings, ich habe eine Nachricht gekriegt, so, ja, es ist anonym, ich habe einfach eine Nachricht gekriegt von der Gruppe, da sind so 40 Leute drin. Eine coole Nachricht, ich dachte mir so, ach komm, die lese ich jetzt einfach mal. Weil bei mir ist es irgendwie immer so verschlüsselt von der Gruppe. Das heißt, da steht immer, wurde eine Nachricht gesendet und ich bin dann immer so neugierig und will dann einfach gucken, was da geschrieben wird. Es wird ja eh meistens nur Blödsinn geredet. Das wissen wir ja, was in Gruppen alles vorkommt in WhatsApp. Beziehungsweise, versauten Gruppen. Aber darauf möchte ich nicht eingehen. Es ist keine versauten Gruppe. Und, ja, dann kommt da einfach irgendwie so ein Thema mit, ja, wer, wer ist noch wach und so. Und dann redet man sich da rein und, alter, willst du mich? Ja, dann redet man sich so rein ein bisschen, chattet mit denen so ein bisschen und dann gucke ich auf die Uhr und denke mir so, alter, was? Es ist schon halb eins. Willst du mich verarschen, du Scheißgruppe? Ich habe natürlich gleich den PC gestartet, den Nachtstream oder den Nachtmarathon, so gesagt, jetzt hier aktiviert. Und, ja, das heißt jetzt, der Nachtstream beginnt mit diesem Video. Ich hoffe, ihr seid auch jetzt wach, weil ich habe ja schon angekündigt, ja, ich meine, ihr müsst jetzt nicht wach sein wegen mir, ich meine, ich bin ja nur, äh, ein YouTuber. Ich meine, ihr könnt die Videos auch am, hier, nächster Tag, morgen, morgen wäre, äh, morgen wäre dann, beziehungsweise Samstag. Das heißt, ihr könnt die auch später gucken, wenn ihr wach seid, so um 12, 11, 10 Uhr morgens. Ihr seid herzlich eingeladen. Ich meine, die meisten bekommen ja immer eine Benachrichtigung, wenn ich ein Video hochlade. Und was klingelt denn meine, ala diese Gruppe schon wieder? Ja. Zehntaus, oh. 46 neue Nachrichten in einer Minute. Ja, ihr seht schon, der kleine Rekord wurde geknappt. Und, ja, ich möchte jetzt mit diesem Video einfach nur, ähm, hier den Nachtmarathon eröffnen. Und, ja, nochmal, sorry, dass jetzt Master Blastisch geht. Ich kann wirklich nichts dafür, wir können nochmal kurz gucken. Nope, zwei Spieler. Da werde ich wohl später nochmal rein müssen. Naja, dann wird später vielleicht mal ne anderes, äh, ne anderes, ja, äh, was anderes kommen, wie zum Beispiel, was weiß ich, Multiplayer, Capture as a Flag und so. Also, oder vielleicht auch Let's Play Minecraft, ganz normal. Aber, ich meine, da ihr ja sofort nicht mehr wollt, ich meine, ich kann's nicht ändern. Wenn ich so vorlesen mache, guckt's ja eh wieder keiner, bis auf vielleicht ein, zwei Leute. Aber das lohnt sich ja nicht. Ich meine, mit so vielen Abonnenten muss man auch so und so viele, ähm, Bewertungen am Tag haben. Und, das ist einfach so. Und, da ihr ja Minecraft am meisten feiert, ich mir immer so denke, ja, okay, ich würde gerne mal was anderes machen. Aber, ihr feiert ja mal Minecraft, denke ich mir so. Ihr seid der Chef. Ihr bestimmt, was hier passiert auf diesem Kanal. Und, deswegen, ja, das war jetzt mal so ein kleines Let's Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr ja einen Daumen nach oben da lassen. Und, auch mal in die Kommentare schreiben, was ihr jetzt zu diesem kleinen Let's Talk so fandet. Das war mein erstes Let's Talk. Deswegen, nicht so streng bewerten, wenn's geht. Naja, gut. Wie gesagt, der Nachtmarathon ist hier mit eröffnet. Hallo, ähm, und nochmal, sorry, wegen der WhatsApp-Gruppe, aber es ist schweigend neugierig. Naja, gut. Wenn's euch gefallen hat, dieses kleine Video, lasst einen Daumen nach oben da. Und, ja, wie immer, haut rein. Wir sehen uns dann gleich in einem anderen Video wieder. Haut rein, bleibt gesund. Bis zum nächsten Video. Ciao.